Mein Name ist Marco Runemann, ich bin 53 und wohne an der Werkfahrt 15 Altdorf. In der Freizeit engagiere ich mich für den Behindertensport und ich würde ganz gerne Klinge auslesen. Ich habe mich entschieden, in die Politik zu gehen, um anzupacken, mitzuwirken und einen Haufen, Sachen umzusetzen. Bei einer erfolgreichen Wahl möchte ich mich gerne weiter engagieren, die Justizkommission, und dort aktiv an der Gesetzgebung mitschaffen und auch helfen umzusetzen. Und am 8. März die Liste Nr. 3 der FDP komplett reinlegen und dann so unterstützen. Vielen Dank!